Bibis Beauty Palace hat in einem Fragebeantwortungsvideo auf die Frage, ob sie noch einen neuen Song machen würde, geantwortet, dass sie dies konkret noch nicht plant, als ich das gut vorstellen kann, da ihr erster Song ihr sehr viel Spaß gemacht hat. In Hinblick auf das große negative Feedback war dies doch überraschend. Ich rechne eher weniger damit, dass sie ein zweites Mal so großen Hate kassieren möchte. Ich finde, man sollte bei seinen Fähigkeiten bleiben und das Singen talentierten Menschen überlassen. Was meint ihr? Wird sie wirklich einen zweiten Song rausbringen? Oben rechts auf dem i könnt ihr darüber abstimmen. Teilt doch das Video, würde mich freuen.